Die moves Die Raketen Das Spiel wäre sicher Racketen Racketen ist angesagt Wo ist deine Racketen? Ach nee Du hattest ja gar keinen Du hattest ja keinen Energy supply for the source is secured. Alternate power supply operational. Maintaining energy flow to the source is highest priority. Weakness shall be punished. Here. Primary power supply is operating at peak efficiency. Auxiliary power supply operational at 80% output. Activating the alternate power supply for the security force feed is imperative. Weakness shall be punished. Ja, von mir aus auch das. Security personal report to deployment zones around detention block until APS back online. All detainees must be contained. Ein riesen Level. Okay. Oh. Jetzt bin ich auch ein Ska oder was bin ich jetzt? Okay. Das helft würde ich gerne haben da oben. Das wäre schön. So, hier kam ich her. Ne, da ist gar nichts. Okay, gut. So, intruder and detected. Protect the source at any cost. Intruder must be halted before penetrating the source defensive perimeter. So. Oh, am elections. I have a good win. Bitte. No, peanuts. Oh, man. Oh, man. Oh Hmm. Was? Was? Scheiße Oh, okay Ich will das Helfer aber jetzt haben Hm Bam Die halten aber auch aus, obwohl es nur die normalen sind, ne Das ist unglaublich Meine Güte Okay, der Razor-Track, der ist es jetzt, kommt was auf Nee, der Razor-Track ist es nicht Wie überraschend Oh, hier habe ich noch ein bisschen was Wie überraschend Das ist das Das ist das Was ist das jetzt? Perfekt. So. Schon wieder so wenig Munition von allen, ne? Also von den Dingern, die brauchbar sind, meine ich. Ja, die Munition ein bisschen mehr, das wäre wirklich schön. Dann wird das deutlich mehr Fun machen. Was? Das schamzt mich dann so komisch nach vorne manchmal. Fällt sich ein bisschen komisch gerade das Spiel, ich weiß auch nicht. Okay, na, whatever. Hm. Hm. Na klar, der schießt mit dem Ding. Okay. Ist klar, natürlich. Auch das noch. Hm. 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 Wenn die denn, wenn die, wenn die Waffe taugen würde, hätte ich jetzt Munition, ne? Ja. Ja, ganz komisch war das, ja. 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 Klar, natürlich. Bam, bam, bam. Wie ein Maschinengewehr. Aber er hat eine Sniper. Alter. Alter. Das ist echt der falsche Schwierigkeit gerade. Verdammte Hölle. Mist, ey. Krise. Aber ich muss da jetzt durch. Ich muss da jetzt durch. Vielleicht sollte ich mal hier drausspeilen, dass ich das nicht jedes Mal neu fahren muss. Die Schwierigkeitsgrad wäre halb so schlimm, wie gesagt, wenn die Munition nicht so schlimm wäre. Das Auto, das ist nicht, das ist Sniper. Das ist nur Gottverdammter Sniper. Der droppt auch die Munition von der Sniper. Ah, scheiße, ey. Quatsch. Oh je. Naja, die sind gruselig, sind die. Okay, andere Taktik. Ich werde... Das soll eine Automex sein Ernst machen. Weg wie eine... Verdammter Sniper. Joa... ... ... Ich frag mich ja wann die noch irgendwann mal mit der Minigun ankommen oder so Oder tatsächlich mit der Sniper Oh shit Ähm Was ist denn davon du Arschgesicht man Echt? OneHit? Na gut mit dem hilft natürlich aber What the fuck? Ach weil hier so eine ganz kleine Anhöhe ist Hälter Aber hier liegt doch diese Munition als ich den getötet habe Hm Ich nehme mal an da kann ich nicht durchschüffen Ich wünschte ich könnte jetzt hier ein paar Minen hinlegen Dann hätten die ein kleines Problem Braucht das viele Ja WTF, Mann? Okay, wo bist du jetzt? Will er sich ein Pflaster holen? Cool, wenn man von nutzlosen Waffen spricht, dann sollte man die nutzlosen Waffen doch bei euch einsetzen. Ach, ach, come on! Da war da halt noch einer. Äh, Krise! Wo ist das? Das ist gar hingelaufen. Das überlebst du nicht, Kollege. Das kannst du mal voll vergessen. Der hält dir noch richtig was aus. WTF? Ich dachte, der war low. Na, die kleinen Gegner sind die schlimmsten. Was soll ich denn machen? Das ist eine kleine Gegner. Das hat man schon auch deszent gelernt, dass die kleinen Gegner die schlimmsten sind. So, ziehe ich aber trotzdem nochmal da rein. Oh, die ist mal mit der richtigen Waffe. Was soll ich das? Was soll ich denn, was soll ich das? Das ist ein ganz schönes Waffe. Das ist ein ganz schönes Waffe. Das ist ein ganz schönes Waffe. Ich treffe mich bestimmt gleich noch selber mit dem Ding Geh ich mal lieber hier hin So War es das jetzt? Sieht ganz gut aus Ja Ich würde sagen, für diesen Zweck Habe ich die Waffe sehr gut eingesetzt Was? Ach komm Warum Internet, warum? Das ist so wenig Bitrate alter, das kann nicht sein, echt nicht Oh man Das gleiche Problem von gestern Der Scheiß 3.1 Kanal Upload-Kanal spinnt Ah Ja 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 Das ist jetzt sehr tragisch Ich hoffe, dass die Verbindung überhaupt aufrecht bleibt Der blöde 3.1 Upload-Kanal spinnt wiederum Oh je Okay Das ist nicht gut Oh, was hat die denn? Holy fuck Ja Kann man euch schon vorzeitig töten wie bei Duke Was durch die Dingens hindurch geht Oh So So habe ich das jetzt eigentlich nicht äh Gemeint Aber okay Okay Sterben die auch irgendwann? Oder Eher nicht so Ohohohoho Die sterben ja gar nicht, was denn da los? Wow Ah doch Jetzt tun sie es Junge, Junge haben die ausgehalten Krass Ach so Nur Splash Okay Oh Munition Kann man die jetzt da auch rausholen? Die Frage ist natürlich Ich will ich die da rausholen Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht möchte Aber es scheint jetzt auch erstmal nicht zu gehen Aber wieso gehen die denn da raus? Interessant Ne Da geht es wohl tatsächlich nicht Oder braucht das eine Rakete? Ne Oder braucht das eine Rakete? Spannend Spannend Ich 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 Gehe da mal wieder, ne? Hehehe Hehehe So Ich habe noch gar nicht alles erkundet, glaube ich Gut, das haben wir ja definitiv gemacht Habe ich noch irgendwas vergessen? Da war ja das Vieh Da war ja das Vieh Und hier ist ja auch noch ein Portal Okay Okay Frag sich natürlich, was jetzt sinnvoller ist Okay Okay Hm. 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 Ja, hier geht nichts. Okay, was auch immer ich jetzt getan habe. Oh, her damit. What the fuck? Oh je. Okay. Mit Schild, wie es aussieht. Ah, okay. Dann wäre der Optionale ja zuerst sinnvoll. Aber das war wahrscheinlich nicht der Optionale. Ich habe mit dem Raketenwerfer ihn geköpft. Nice. Geil. Auch gut. Kann man natürlich auch mal machen. Der ist aber schneller gefallen, als ich je für möglich gehalten hätte. Okay, das war's wohl erstmal hier. Oder war das doch der Optionale hier? Weil hier scheint jetzt ja Ende zu sein. Dann war das wohl doch das Optionale. Okay, interessant. Ist auch nichts mehr zum verpassen. Ne. Na gut. Optional. Zuerst ist auf jeden Fall gut. Weil man will ja alles mitnehmen. Habe ich eigentlich schon irgendwie Secrets verpasst? Weil die will ich ja eigentlich auch so ein bisschen mal mitnehmen, ne? Ja. Vielleicht weiß das ja jemand gerade auswendig. Cooler doch bestimmt. Oh, da ein bisschen Flak-Munition. Und vor allem läuft der Stream jetzt wieder flüssig. Das ist vor allem das Wichtige. Mit der niedrigen Bitrate muss das eigentlich perfekt aufnehmen. Ey, Vodafone, ne? Krise. Die kommen jetzt? Die ist die größte oder was? Okay. Ach, hab ich den gleich noch umgenommen. Scheiße. Wo war'n der andere jetzt? Ach, das ist das Ding, ne? Ey, ey, was nun? Der jetzt oder wie? Jetzt verwehre ich mich selber. Ah, ja. Ah, fuck. Jetzt reingelaufen, fuck. Das war dumm. Hm. Ich glaube, ich mach mal ne alte Werte. Zack, da geht's. Ah, shit. Hat er's doch gemerkt. Oh, der war reingelaufen. Oh, wunderbar hast du das gemacht. Ich bin total stolz auf dich. Haha. Granaten funktionieren bei denen irgendwie sehr oft besser als Raketen. Lustigerweise. Und das nicht nur, weil die mehr Damage machen, sondern wirklich treffen die echt auch besser. Spannend ist das. Was? Nach unten? Okay, aber rein spring nicht. Man kann's ja mal ausprobieren, ne? Man weiß ja nie. Oh, den will ich haben. Äh. Komm. Tu mir das jetzt nicht an. Danke. Ich will doch nur meine Raketen. Aber vielleicht muss ich da runter. So. Vielleicht ist sie ja was. Man weiß es ja nicht. Hm. Nee, ich glaube... Ich glaube nicht, dass da irgendwie jetzt was ist. Äh. Nee. Nee, das bringt mir hier nix. Das ist, äh... Das ist gut. Der Schiff. Das istanship. Das ist gut. Das ist gut? Das ist gut. Aber wenn du siehst, geht es nicht? Das ist gut. 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 So, das passt für mich. Ah, da ist er, da ist er, das habe ich gesehen. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie. Der Tipp mit dem nach unten gucken war auf jeden Fall sehr gut. Da nimmt man ja Schaden von. Ja, die halten auf dem Schwierigkeitsgrad unfassbar viel aus. Deswegen habe ich ja ständig Munitionsprobleme. Ist doch die Scheiße. Kann man da nicht irgendwie runter ohne Schaden zu nehmen? Ja, aber jetzt komme ich noch nicht hin. Okay, ich habe eine Idee. Das ist die gleiche Höhe eigentlich. Dann würde ich sagen, springen wir mal dagegen. Ja gut, ohne dass man da zurückgestoßen wird, wäre noch ganz nett. Ah, da wird man automatisch zurückgestoßen. Das ist bedauerlich. Ähm. Das geht tatsächlich nicht. Hm. Ja, da wird man echt, fliegt man echt dran vorbei. Hm, ich will das ohne Schaden, nee. What the? Alter. Naja gut, viel Schaden ist es ja nicht. Ach. Stimmt, das Ding ging ja runter. Naja gut, kann man mitleben. Ich glaube nur 3-Hilfe verloren oder so. Das ist nice. Ja. Gut, aber Raketen liebt dieses Spiel, ne? Ich kriege immer ganz viele Raketen. Oh. Und eine schöne Rüstung. Äh, ich brauche mal hier diese komischen, lustigen, die Dinger hier. Okay. Ich dachte, ich komme jetzt in einem schönen weiteren Geheimnis, aber nö. Einfach nur hier. Okay. Äh, ja. Ob ich in einem Raum noch was verpasse oder nicht? Ich bin jetzt gerade unsicher. Ne, ich glaube nicht, ne? Aber wo muss ich jetzt überhaupt hin, tatsächlich? Wow. Meine Rüstung 205. Damit kann man ja halbwegs arbeiten. Okay. Okay, einzige Weg, einzige Weg. Seid ihr tot? Ne, glaube ich nicht, ne? Der ist nicht tot. Der hat doch Kollision. Was Kollision hat, ist mit Sicherheit nicht tot. Und ich sag's noch. Ich warte noch auf die Minigun-Typen und da ist einer. Er ist meine Flagge, ey. Schau mal, wenn die Brücke ist. Oh, shit. Komm ich da noch hin? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Äh. Zu spät. Wie es aussieht. Shit. Wow. Der andere hat ne Flagge gehabt? Okay. Wow, krass. Äh. Hat mich viel Schild gekostet, aber ich hab's überlebt. Das ist die Hauptsache. Äh. Wow. Okay. Ja. Erstmal wohl nicht, wie es aussieht. Okay. Na gut. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Oh, okay. Ja, gut. Dann könnte es wirklich klappen. Muss ich nur wieder hinfinden. Oh. Fuck. Okay, das speichere ich jetzt mal. Wenn der gerade mal weg ist. Scheiße. Projektil ist zu dick. Jetzt ist er ja nicht mehr. Schade. Es war so schön, als er da stand. Das machen wir jetzt ganz professionell, hoffentlich. Ich kriege dann mal so ganz toll was runter. Warum muss die Flagge so dick sein? Dann schaute er ab. Na gut. Na, hat's wohl wehgetan, hoffentlich. Na gut, das lohnt sich jetzt ja eigentlich noch nicht, ne? Wunderschön. Ja gut. Ja gut. Das Item lohnt sich jetzt tatsächlich noch nicht. Lass ich da mal noch liegen. Ich muss doch irgendwas zum vergessen haben, bevor ich das Level beende, ne? Ohne irgendwas vergessen zu haben, geht's doch nicht. So. Oh je, shit. Jetzt kommen die da raus, oder? Naja, hoffentlich nicht, ne? Ich wollte auch nochmal zu dem Ort hin, wo es so einen Pick-up geben soll. Wo auch immer das nochmal gleich war. Naja, Quatsch, hier doch nicht. Äh, wo war'n das noch? Verdammt. Ne, da... Da ja nicht. Das war in einer dieser Portale, ne? Hier soll was sein. Meint ihr? Hier? Ich muss mal kurz warten, ob das hier war. Ich muss mal kurz warten auf den Delay. Weil Geländer gibt's ja hier. Ja, ja, gut, aber das ist tatsächlich Munition. Ich glaube, ich brauche nicht warten, ich seh's ja schon. Aber wie kommt man hier wieder raus? Die Bio ist voll. Aber war's das, was ihr meintet? Könnte sein, dass ihr das meintet, ne? Ah, ja, perfekt, okay. Ja, schön. Danke dafür. Was liegt denn da noch? Her damit. Ich will nutzlose Razorblades haben. Falls diese... ...Poupets wiederkommen. Perfekt. ...Poupets wieder rauskriegen. So, nee, wo waren das... ...wo waren der Raum jetzt wieder? Äh. Nee, du musst ja wieder hoch hier. Ach, ich musste dich... Ah! Ja, da war nur das, genau. Das muss ich unbedingt merken, dass sie es nachher noch mitnehmen. Könnte es wirklich sein, dass ich das sonst vergesse? Ja, das ist schön, dass ich alles habe. Nun muss ich nur noch mit meinem... ...lustigen Orientierungs- und den Raum wiederfinden, wo ich hin muss. Äh. Das war hier diese... ...die Tür, genau. Uff. War es überhaupt hier, wo ich jetzt hin muss? Ich habe keine Ahnung mehr. Shit. Nee, ich... Äh. Äh. Wo musste ich denn jetzt noch mal weiter? Verdammt. Nee, das ist der Level anfangen. Ach, das muss ich mitnehmen. Ernsthaft? Shit. Was ist das eigentlich für ein Ding da? Oh. Da liegt auch noch was. Was bist du? Ach, du hast... Ah, nee, du hast immer die Treppe hoch gemacht. Ja, ja, klar. Ach, hier ist ja auch noch was. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Ihr meintet den Schalter. Wo geht das jetzt auf? Ah, ich muss es nehmen. Ah, ah, ah. Das ist traurig. Okay. Die hier, oder welche? Hm. Hui. Jump-Einlagen. Nee, die will irgendwie nicht. Ja, aber die... Die hat keine Lust. Achso. Hier ist noch eine, oder wie? Hier vielleicht? Nee, das ist... Ah. Das Ding vielleicht. Ah, ja, ja. Okay, okay, okay. Okay. Interessant. Wirklich interessant. Okay. Ja, dann macht es natürlich auch Sinn, die mitzunehmen. Klar. So. Vielen Dank.